Hi ihr Lieben, wir waren bei Kaufland und haben für 100 Euro eingekauft. Ich fange mal auf der Seite an. Wir haben hier die Quarkis mitgenommen. Die waren runtergesetzt auf 1,39. Da gibt es ja einmal die Limited Edition Schoko-Orange. Ich dachte mir, vielleicht schmecken die so frisch mit der Orange, aber so in der Kombi fand ich das jetzt nicht so interessant. Aber wollte ich einfach mal probieren. Die Himbeere haben wir schon sehr oft gegessen. Die schmecken sehr gut. Gut, dann haben wir hier einmal Donuts. Da habe ich verneut sich hier so ein Hefegebäck mitgenommen. Ich muss mal wieder meine Haare färben. Ich hole mir immer von Brillants das Blau-Schwarz. Genau, Blau-Schwarz. Ich finde dann schimmern die irgendwie so ein bisschen mehr, als wenn man nur das Schwarze nimmt. Dann habe ich ein paar Eisbefüßig mitgenommen. Zweimal Milch. Ich sehe gerade, Heiko hat die 1,8% mitgenommen, aber eigentlich schon wie die 3,5%. Dann hat mir die... Ach, wie heißt sie? Von Instagram? Ich komme gerade nicht drauf. Hat sie mir gesagt, dieses Softlan mit Kokos und weißen Blumen soll sehr, sehr gut riechen. Und dann habe ich das mal mitgenommen. Kostet 1,90 Euro. Ne, 1,19 bei Kaufland. Ein Arizona hat sich der Heiko mitgenommen. Dann haben wir hier Pizzatomaten, 4 Stück. Heiko hat sich so ein Lötzschel mitgenommen. Ich habe mir ein Landlieber-Buttermilch-Kirsche mitgenommen. Eine Millimilz-Bananen hat sich Alexandra ausgesucht. Dann habe ich zweimal True Fruits wieder mitgenommen. Einmal hier, wie heißt das? Mit, keine Ahnung, auf jeden Fall das rote und das gelbe. Dann haben wir Ben & Jerry's mitgenommen. Ben & Jerry's war auf 4,44 Euro runtergesetzt. Dann habe ich Switch abgekauft. Irgendwie zoomt meine Cam gerade nicht. Da ist drin Vanille-Eis-Cream with a chocolatey cookie sandwich and cookie dot chunks. Hört sich lecker an, ne? Ja, Heiko hat sich erstmal was anderes ausgesucht, aber dann hat er sich umentschieden, hat sich das gleiche geholt wie ich. Der Nachmacher. Einmal Mais mitgenommen. Einmal hier so das Hollandaise mit Magreton-Soße. Ein Öl. Ein Sesamöl, das finde ich sehr, sehr lecker. Einen Salaten. Das hole ich immer wieder gerne für Salat. Da kürze ich so Nudelsuppen mitgenommen, Asiasuppen. Ein Ai-Var. Salami-Sticks, ganz praktisch für die Arbeit. Einmal schwarze Oliven. Das ist auch sehr, sehr lecker. Thunfisch, pikant. Da ist noch so eine Gemüsesauce drin. Schmeckt ganz gut. Heiko hat sich dreimal Porridge-Apfel-Zimt mitgenommen. Dann machen wir mal hier weiter. Ich habe mir Hähnchenleber mitgenommen. Ich finde die wirklich sehr, sehr lecker. Geflügelbratwurst. Dann Bratwürstchen für den Kleinen. Mozzarella zweimal. Einmal Bananen. Dann, ich mache mal hier weiter. Einmal so ein Aufstrich. Oder Antipasti-Creme, Kirschpaprika. Die Nesquix war runtergesetzt. Eines haben wir schon gegessen. 76 Cent. So ein Viererpack. Einmal Bärloch, einmal Knobby-Creme. Dann hat sich Heiko grünen Tee mitgenommen. Einmal so ein, wie heißt das nochmal, Weichkäse. Dann haben wir hier Nuss-Schoko-Creme. Ein paar Joghurts. Lecker Mäulchen. Ein Erdbeer zweimal. Einmal Stracciatella. Einmal von Zottsahne. Pudding. Schokolade. Dann waren die Danone runtergesetzt. Auf 29 Cent. Habe ich die mit Quark-Joghurt-Creme mitgenommen. Ein paar. Die finde ich echt lecker. Für den Kleinen. Hier diese Monte. Diese Mini Monte. Finde ich ganz süß. Ach, hier sind noch mehr lecker Mäulchen. Drei Stück noch. Stracciatella. Joghurt mit der Ecke waren auch runtergesetzt auf 29 Cent. Einmal New York. Schoko-Keks und Typ Vanille-Creme. Hat sich Heiko genommen. Und ich als Griechin. Griechische Art. Mandel Crunch. Hoppa. So. Und dann, was haben wir hier noch? Chips frisch war runtergesetzt. Gibt es heute zu DSDS. Sour Cream auf 99 Cent. Eier. Taschentücher. Dann hat sich Alexander hier Waffeln mitgenommen. Und zum Beispiel mal hier dieses Körner Balance Brot. Was wir sehr, sehr mögen. Ja. Das war unser kleiner Einkauf. Bis zur nächsten Woche. Ciao.